hallo liebe studentin hallo lieber student wir haben jetzt die tageszeiten gelernt wir wiederholen die tageszeiten der morgen der späte morgen der vormittag der mittag der nachmittag der frühe nachmittag der späte nachmittag der abend der frühe abend der späte abend und dann feminin die nacht also die tageszeiten sind maskulin ausnahme die nacht ist feminin dankeschön